Wir haben Info über eine verlassene imperiale Fabrik auf Sallust. Admiral Versio plant Waffen aus einem Depot dort zu holen. Wir werden zuerst dort sein. Ich habe um Hilfe gebeten, damit es klappt. Sie werden mit Lando Calrissian auf dem Boden sein. Sichern Sie die Waffen und dann holen wir sie ab. Was auch geschieht, mein Vater darf diese Waffen nicht bekommen. Und damit herzlich willkommen auf Solos bei Battlefront 2. Das kennen wir schon. Da haben wir die Map doch schon mal bei Battlefront 1 gespielt. Oh oh. Du hast ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Versios, Leute durften nicht hier sein. Wir sollten uns von Aiden abholen lassen. Ach was. Es ist ein Stoßtrupp. Das schaffen wir. Und was, wenn nicht? Okay, also jetzt eine Lando Calrissian Mission, so wie es aussieht. Hallo, Ullok, drücke um, okay. Taktische Analyse. Ich kenne mich auf Solos aus. Ich habe immerhin damals bei der Befahrungsaktion geholfen. Okay. Soll er einfach mal eben reden? Was hat der denn für eine Scheißwaffe? Was hat der denn für eine Kack-Waffe? Was hat der denn für eine Kack-Waffe? Zielerfassen. Okay, ich habe es noch nicht so richtig drauf mit Lando. So, schwenke die Kamera um mehrere Ziele zu erfassen und drücke R2, um zu halten. Hä? Ich weiß nicht, was das ist. Ah, okay. Mädel, da hättest du dich als Mann nicht hinstellen sollen. Okay, das war's. Folgen Sie mir bitte. So, ob das so gut war? I don't know. Okay. Wohin? Dahin. Okay. Interagieren. Na toll. Wenn wir das Fließband starten, müsste es uns reinbringen. Und wie starten wir es? Da unten, oder was? Das Fließband starten. Hier wahrscheinlich irgendwo. Hier wahrscheinlich irgendwo. Oder? Hier. Steigen Sie ins Cockpit. Aha. Hey, äh. Hey, äh, holen Sie bitte. Ja, umkannst du den Weg. Ist was? So mal was von Privatsphäre gehört? Aber dafür und so mehr für's Team. Ja. 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 Was? Du und ich wie dein Einsatz? Das vermisst du doch auch. Ich vermisse das überhaupt nicht. Da werden wir so ein Glück. ok wo noch mal lang ok gehen wir zum haupt terminal und schalten den sturm wenn ich schieße weißt du was zu tun ist ok er hat eine mächtige waffe das muss man schon sagen okay kann er nur nicht mit um weg damit ok kurze recken da sind sie also wir sind ja eigentlich auch schon fast da wo nicht da nicht da nein alter ich sehe überhaupt nichts mehr wie man sieht alle aggressiv macht der typ der noch mal irgendwas ok das hätte ich glaube ich anders ausspielen sollen ich komme nicht weg ruhe man Und... so macht der typ der jetzt auch mal irgendwas so wir haben es doch jetzt oder okay den laden abschalten oh ne energie abschalten okay so ob das jetzt hier das geschickt ist weil sie das auch nicht sicherlich so headshot wo sunstehen hier die gegnauts headshot aber den haben wir auch der bleibt doch einfach stehen das ist schon mal sehr nett von ihm so heavy gunner ist ja noch wo ist der denn wo ist mein typ so haben wir es jetzt ich weiß mal nicht wo der typ jetzt ist aber da kann jetzt keine rücksicht trocken diese Lava Pumpen sind genau das richtige so, wir nähern uns auf jeden fall mit großen Stücken Boah, Alter, ich seh nix da ist noch einer dann habe ich gehen wir auf das war ne ganz schlechte idee ja und nun wo ist es denn? da sehr schön, wo muss ich hin? wo muss ich hin? flucht strategie entwickeln wo muss ich denn hin? da muss ich hin Mann, was macht der denn hier? ja die fabrik mit Lava? nein, ich lege sie lahm mit Lava ok, vermutlich ist das der falsche Weg es gibt gar keinen falschen Weg ich fühle mich später, diese Waffen sind nichts für Cypherion blauer Pfeiler steigt Produktionsstätten bevor Evakuierung ist anzug Achtung, blauer Niveau steigt Produktionsstätten bevor Evakuiert wird Mann, noch Medaille vor allem, warum ich hier die ganze Zeit alleine bin so so, das machen wir auch so das geht ja schon mal sehr gut auf vier mal an so, sehr gut erreichen, wir haben es erreicht technische Stützpfeiler aufgelöst Fabrik stabilität bei 0% nein, 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 nein wenn ich den Kampfläufer richtig aufstelle, müsste ich rüberkommen welchen Kampfläufer? bei ihnen hier bei ihnen hier, okay und da und interagieren okay, wir interagieren jetzt mal schnell einige Knöpfe drücken wie einige Knöpfe drücken okay ich habe keine Zeit für sowas einfach auf das Ding schießen welches Ding im Zweifelsfall drauf schießen okay äh okay das sollte reichen boah einfach nur fliehen wow okay jetzt haben wir auch noch so eine 8080 geschichte alles klar das bestimmt lustig zum Shuttle bringen sie uns in eine erhöhte Position ähm, was soll ich tun sag Alten, wir sind bereit zur Abholung mit Vergnügen so lass mich raten darf ich durch die Lava es ist an der Zeit gut wie viele Waffen laden wir ein? äh, null wir haben sie eingeschmolzen was ist dann die Fracht? ein verzweifelter Taurus und ein lächerlicher Mann mit Hummer ich war sehr präzise was uns das Parallel angeht Alten Alten, sind sie noch da? er ist weg was war das? so klingt ein perfekt funktionierender Plan so mal jetzt schieß sagen sie es mir nicht ich lass mich überraschen okay, kann auch so alles klar fein erfasst mich nein schieß boah nein scheiße Lando Carissian hat sein letztes Spiel verloren nochmal von vorne mach hinne ok gut ok alles klar zweiter Versuch wo laufen? was ist das? bewegungs keine so das war glaube ich auch gar nicht so schlecht so das ist auch gut bewegungs-scan blopp der Vulkan wird ausbrechen stimmt's? ach sagen sie es mir nicht ich lass mich überraschen ok noch 100% das ist gut so da haben wir eigentlich alle weg ihnen könnten wir gleich mal von hier weg schießen so sehr gut jetzt haben wir noch eine rocket so gleich kommt glaube ich der angriff sturmtruppen scheiße falsche munition glaube ich jetzt aber komm angriff von hinten nein wenn dieser kampfläufer nicht fliegen kann sind wir am ende und nun trofe aber trotzdem mal obwohl die mission doch jetzt eigentlich gescheitert ist oder? ach wir werden von aiden abgeholt oder wir werden von scotty hochgebind und bin ich froh dass sie es auch werden ok komm her danke siehst du hab doch gesagt wir schafft das doctor auf bis hal bis bis nach bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020